Die Metropole Shanghai wächst rasant und ist dabei ständig auf der Suche nach mehr Platz. Sogar über die natürlichen Grenzen des Yangtze-Deltas hinaus. Mit dem Megaprojekt Shanghai-Changyang-Under-River-Tunnel wurden rechtzeitig zur Weltexpo 2010 die Flussinseln Chongming und Changjing im Yangtze-Delta besser an den Großraum Shanghai angebunden. Die beiden 7,47 Kilometer langen Tunnelröhren verlaufen unter dem Yangtze, dem längsten Fluss Chinas, und wurden mit den derzeit größten Tunnelbohrmaschinen weltweit aufgefahren. Die Mixschilde haben einen Durchmesser von 15,43 Metern. Zu den konstruktiven Herausforderungen zählen einerseits der große Schneidraddurchmesser von 15,43 Metern sowie andererseits die Anpassung der Maschinentechnik an die geologischen und hydrologischen Bedingungen bei der Flussunterquerung. Jede der beiden Tunnelröhren bietet Platz für zwei Ebenen. Auf der oberen verläuft eine dreispurige Schnellstraße, auf der unteren ist Platz für eine geplante Metrolinie. Der Tunnel befindet sich an seinem tiefsten Punkt, 65 Meter unter der Oberfläche. Aufgrund der Wasserstandshöhe von bis zu 47 Metern über dem Tunnelzentrum sind die Mixschilde für einen maximalen Arbeitsdruck von 6,5 Bar ausgelegt. Wir werden Ihnen am Beispiel der bisher weltgrößten Mixschilde das Funktionsprinzip der Herrenknecht-Hydroschilde erklären. Das Schneidrad mit einem Durchmesser von 15,43 Metern ist durch die Anordnung der Öffnungen und der Abbauwerkzeuge an die Geologie angepasst. Die sechs Schneidradarme sind für einen Werkzeugwechsel unter atmosphärischen Bedingungen vom rückwärtigen Schildbereich aus begehbar. Tauchereinsätze für den Werkzeugwechsel sind somit nicht notwendig. Das Schneidrad wird von insgesamt 15 Elektromotoren mit einer Nennleistung von je 250 Kilowatt sowie einem maximalen Drehmoment von bis zu 39.984 KiloNewton angetrieben. Für Wartungsarbeiten stehen drei Schleusen zur Verfügung. Die Zentrumsschleuse kann verschoben und an den druckgeschützten Innenraum des Schneidrads angekoppelt werden. 19 hydraulische Dreifachzylinderpressen erzeugen eine maximale Vortriebskraft von 203.066 KiloNewton und bewegen den Mixschild vorwärts. Die Zylinder stützen sich auf dem zuletzt gebauten Tübingring ab und bewegen so den Mixschild nach vorne. Der Erektor nimmt die einzelnen Betonsegmente auf und bringt sie in die richtige Einbauposition. Der erste Nachläufer befindet sich hinter dem Erektor. Aufgrund des großen Durchmessers besteht das Nachlaufsystem aus drei Ebenen, um die Förderpumpe, die Schaltschränke, die Bentonitversorgung sowie die Hydraulikpumpen aufzunehmen. Der Segment-Feeder ist auf dem ersten Nachläufer angebracht. Er transportiert die Segmente zum Erektor. Der zweite Nachläufer bildet in Höhe der zweiten und dritten Ebene eine Brücke. Der dritte Nachläufer fährt auf Nachläuferschienen, die seitlich der Fahrerinnen verlegt sind und hinter dem Nachläufer wieder aufgenommen werden. Die Gesamtlänge des Mixschildes bis zum dritten Nachläufer beträgt 135 Meter. Der Mixschild arbeitet in zwei Phasen. Der Tübingring wird während der ersten Phase gebaut. Die Betonsegmente werden vom Segment-Feeder bereitgestellt und anschließend vom Erektor angehoben. An der entsprechenden Position werden die Hydraulikstempel kurzfristig eingefahren, um Platz für den neuen Stein zu schaffen. Die Segmente werden millimetergenau platziert und direkt nach dem Setzen von den Stempeln wieder gesichert. Anschließend können die Tübinge verschraubt werden. Der Schlussstein hat konische Flanken und wird von vorne eingeschoben. Ist ein kompletter Tübingring gesetzt, wird das sogenannte Sohlsegment gesetzt. Ein einklappbares Modul, das in der Sohle des zuletzt gebauten Ringes gesetzt wird. Es dient als Auflage für den Nachläufer, der nun nachgezogen werden kann. Die Tübinge werden von speziellen Baustellenfahrzeugen von der Oberfläche bis zum hinteren Maschinenbereich angeliefert. Auf der dritten Ebene bringt ein Tübing-Transportkran das Segment aus dem hinteren Maschinenbereich nach vorne. Der Kran wird außerdem für den Transport der Mörtelbehälter auf dem ersten Nachläufer verwendet. Der Tübing-Transportkran bringt die Tübinge über die Brücke des zweiten Nachläufers zur Umschlagstation auf dem ersten Nachläufer. Mit dem Tübing-Transferkran werden hier die bereitgestellten Segmente angehoben, gedreht und auf dem Segment-Fieder positioniert. Der Segment-Fieder bewegt die Tübinge unter dem ersten Nachläufer zum Erektor in die Aufnahmeposition. Die Abbaukammer befindet sich hinter dem Schneidrad. Sie wird durch eine Tauchwand von der Arbeitskammer getrennt. Die Abbaukammer ist komplett und die Arbeitskammer zu ca. zwei Drittel mit Bentonit gefüllt. Durch die Tauchwandöffnung sind beide Kammern als kommunizierende Röhren miteinander verbunden. Durch die Beaufschlagung des Bentonits in der Arbeitskammer mit Druckluft wird vor dem Schneidrad ein Filterkuchen erzeugt. Der Boden- und Grundwasserdruck kann eine Höhe von 6,5 bar erreichen. Geologische Wechsel und daraus resultierende Druckveränderungen können über die Druckluftbeaufschlagung kompensiert werden. Das abgebaute Material fällt in die Abbaukammer. Kleinkörniges Material löst sich weitgehend im Bentonit auf. Steine und grobkörniges Material fallen zu Boden. Die Öffnung der Förderleitung wird durch ein Gitter geschützt. Zwei Agitatoren sowie bewegliche Spüldüsen gewährleisten einen reibungslosen Abraumtransport. Das abgebaute Material wird über die Förderleitung an die Oberfläche zur Separationsanlage gepumpt. Dort wird das Bodenmaterial von der Bentonitsuspension getrennt und entfernt und die gereinigte Suspension dem Förderkreislauf wieder zugeführt. Die Speiseleitung versorgt mehrere Düsen am Umfang, die je nach Belastung zugeschaltet werden können, um eine optimale Spülung zu erreichen. Mit dem Vortrieb wächst die Rohrverbindung der Speise- und Förderleitungen. Um die Rohrleitungen nicht nach jedem Vortriebstakt abkoppeln zu müssen, werden flexible Verlängerungsleitungen auf dem dritten Nachläufer angebracht. Gleitschuhe gleichen die Maschinenbewegungen aus. Der Rohrlaufwagen wird nach dem Erreichen der Endposition gelöst und zurück zur Ausgangsposition gefahren. In der dadurch entstandenen Lücke wird das Verlängerungsrohr installiert. Der Zugang zu den sechs Hauptarmen des Schneidraads kann unter atmosphärischen Bedingungen erfolgen. Das Schneidrad wird hierzu in die Wartungsposition gebracht. Das Wartungspersonal hat über die begehbaren Schneidradarme Zugang zu den Abbauwerkzeugen, um diese bei Bedarf austauschen zu können. Das Vortriebsteam verbaute 7.472 Tübingringe mit jeweils zehn Segmenten. 27 Millionen Kubikmeter Erdreich mussten den Tunneln weichen und abtransportiert werden. Mit Spitzenleistungen von bis zu 26 Metern Tunnel am Tag und 142 Metern in der Woche konnten die Mixschilde nach einer Bauzeit von 20 Monaten die beiden Tunnel zielgenau fertigstellen. Die beiden größten Mixschilde weltweit mit einem Durchmesser von über 15 Metern setzten neue Maßstäbe im Tunnelbau. Das Projekt ist ein erfolgreiches Beispiel für den maschinellen Tunnelvortrieb mit großen Durchmessern. Die Mixschilde-Technik ist die überzeugende Lösung für lange und tiefe Flussquerungen, denn sie beherrscht auch bei großen Durchmessern eine lockere Geologie mit hohem Wasserdruck. Der erste Durchbruch konnte im Mai 2008 gefeiert werden. Der zweite folgte im September 2008. Der Endausbau der Tunnel begann bereits ein Jahr früher als geplant. Beide Tunnel wurden am 31. Oktober 2009, neun Monate vor Plan, eingeweiht und dem Verkehr übergeben. Seit Oktober 2009 verbinden die Tunnelbauwerke die Flussinsel Changjing und ermöglichen so rund 600.000 Inselbewohnern die Fahrt mit dem Auto nach Shanghai. EFORM Änderell Turns Untertitelung des ZDF, 2020